Ich glaube, dass wir heute ein Unentschieden erlebt haben, das sich ein bisschen anders anfühlt als unser erstes in der Saison in Hoffenheim, wo wir kurz vor Schluss dann noch den Ausgleich gemacht haben. Heute mussten wir ihn hinnehmen und ich glaube schon, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir so viele Kilometer gelaufen sind, heute ein bisschen auch an der Präzision gescheitert sind, um das Zweite vielleicht hinterherzulegen. Wir haben es sehr, sehr oft sehr gut verteidigt, einmal nicht und der Gegner hat einfach die Qualität, das dann auch knallhart auszunützen. Und je länger das Spiel gedauert hat, umso unpräziser sind wir nach vorne geworden. Wir hatten nach dem 1-1 trotzdem nochmal so das Gefühl, dass die Jungs sich nicht damit zufrieden geben. Ähnlich wie der Gegner wollten auch wir alles, aber man bekommt nicht immer alles. Wir haben in der zweiten Halbzeit, glaube ich, einerseits das Spiel noch besser angenommen, auch was Zweikämpfe anbetrifft, haben den Ball schneller laufen lassen, haben auch schneller in die Tiefe gespielt und haben dementsprechend, glaube ich, auch dann die zweite Halbzeit dominiert und ich finde auch dann durchaus verdient dann den Ausgleich gemacht. Es war ein hochintensives Spiel. Wir sind jetzt keine Mannschaft, die von Haus aus ein Champions League Anwärter ist. Wir sind keine Mannschaft, die grundsätzlich Auswärtsspieler alle gewinnen muss, aber wir würden es gerne.